Eine ungewollte Kinderlosigkeit kann viele Ursachen haben. Eine Ursache können Myome in der Gebärmutter sein. Wir haben verschiedene Therapiemöglichkeiten, um die Myome zu behandeln, damit einer Umsetzung des Kinderwundes nichts mehr im Wege steht. Es gibt zum Beispiel die medikamentöse Behandlung. Dann gibt es die Radiofrequenzablation. Hier wird eine schnittfreie Myomtherapie durchgeführt. Wenn die Myome an besonders ungünstigen Stellen liegen oder besonders groß sind, dann muss man auch eine chirurgische Therapie in Erwägung ziehen. Nach den konservativen Therapien oder der Radiofrequenzablation muss das Intervall bis zur Umsetzung des Kinderwunsch nicht sehr lang sein. Muss aber eine chirurgische Myomentfernung erfolgen, dann wird empfohlen, dass man bis zu einem Jahr wartet, bis der Kinderwunsch umgesetzt wird. Der Grund ist, dass sich in der Gebärmutter eine Narbe bildet und dass der Rest der Muskulatur hier wieder für Kräftigung der Gebärmutterwand sorgen muss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017